Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute wollen wir endlich Multiprocessing richtig verwenden und ich habe mir überlegt, wir schreiben uns einen Faktorisierer. Das braucht man in der Kryptografie, wenn man irgendwas knacken möchte. Hört sich fancy an, ist es eigentlich nicht. Was wir machen wollen, ist wir wollen eine Zahl, zum Beispiel sagen wir 42, aufteilen in ihre Bestandteile. Also zum Beispiel 42 ist 2 mal 21 und 21 könnten wir dann wieder faktorisieren, was eben dann 3 mal 7 wäre. Also 3 mal 7, sowas in der Art wollen wir eben machen. Weiter geht es nicht, weil das Primzahlen sind. Okay, das wäre so ein bisschen der Plan für heute. Wir wollen das Ganze mit Multiprocessing machen und dann könnt ihr das als Übung mit Multifreading noch machen. Das mache ich dann auch und dann schauen wir uns an, was von beiden eigentlich schneller ist. Das heißt, nächstes Video wollen wir einen Benchmark machen. Okay, wir importieren erstmal Multiprocessing und jetzt schreiben wir uns einfach eine Funktion, die im Endeffekt das für uns tut. Gut, Multiprocessing Factor und ihr habt ja gerade gesehen, aus 42 kann man 3 mal 7 mal 2 ausrechnen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Zahl, die wir faktorisieren wollen, sondern wir haben vielleicht mehrere Zahlen, die wir faktorisieren wollen. Und ja, zum Beispiel 21 und 42 wollen wir, was auch immer. Wir können hier auf jeden Fall mehrere Zahlen haben, das heißt, wir wollen hier einfach Numbers reinschreiben. Wir wollen quasi mehrere haben und wir wollen Processes haben. Processes. Wie viele wir eben quasi spawnen sollen. Okay, also quasi wie viele Prozesse wir auf einmal starten sollen. Gut, dafür gibt es jetzt ein wunderbares Tool in Multiprocessing, das für euch fast alles übernimmt, nämlich Queue. Und Queue ist dazu da, um eben sozusagen wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt hier einen Prozess, lass den laufen, wenn du Zeit hast. Und hier nochmal, und hier nochmal, und hier nochmal. Und in diese Queue könnt ihr einfach alles eintragen, was ihr sozusagen laufen lassen wollt. Gut. So, was man dann als nächstes normalerweise macht, ist, man berechnet die Größe von allem, was jeder Prozess berechnen soll. Das heißt, man sagt hier, okay, ich habe zum Beispiel 8 Prozesse, die ich gleichzeitig laufen lassen möchte. Und ich habe zum Beispiel 16 Zahlen. Naja, da muss jeder Prozess offensichtlich 2 Zahlen faktorisieren. Wer hätte es gedacht. Okay, das heißt, wir berechnen hier, wie viele Zahlen jeder Prozess faktorisieren soll. Chunks ist gleich, ähm, das machen wir mit, wollen das natürlich hier als Ganzzahl haben. Ähm, und da das nicht immer unbedingt fair sein muss, sagen wir hier, ah gut, Math habe ich noch nicht importiert, ne. Da das nicht unbedingt fair sein muss, sagen wir, okay, ähm, wir runden auf. Das heißt, die ersten Prozesse müssen halt ein bisschen mehr machen und die letzten, ähm, müssen ein bisschen weniger machen. So läuft Teamarbeit im Normalfall immer ab. Numbers. So. Okay. Und das wollen wir selbstverständlich teilen, denn wir haben ja auch eine gewisse Anzahl an Prozessen zur Verfügung. Processes. Okay. No, bei, nee, das gefällt mir nicht. Und das machen wir wieder aus. So. Jetzt, ähm, kann ich jetzt hier einfach anfangen, brauche ich meine Prox, meine tatsächlichen Prozesse, und mir mehrere Prozesse neu erstellen. Und das mache ich mit einer Vorschleife, logischerweise, for in range processes. Ähm, und jetzt möchte ich natürlich diese Anzahl an Prozessen auch wirklich erstellen. Und das mache ich mit proc ist gleich multiprocessing.process. So, und jetzt gibt es hier zwei wichtige Variablen, die ihr angeben müsst. Nämlich einmal das Target. Ähm, das ist eine Funktion, das ist ein Function Pointer zu einer Funktion, die ihr, achso, ich habe gesagt, wir machen das auch noch mit Fredding, ne, dann sagen wir hier multiprocessing worker. Ähm, die Funktion wird später ausgeführt von unserem Prozess. Das, die wird quasi an den Prozess übergeben, in seinen Speicher reingeschrieben und dort wird das dann ausgeführt. Und dann haben wir hier Argumente, nämlich Arcs. Ähm, und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Numbers wollen wir denn eigentlich übergeben? Also es dürfte offensichtlich sein, dass wir hier Numbers übergeben wollen. Aber wir haben ja gesagt, wir teilen das hier auf, auf verschiedene Chunks eben. Und jetzt müssen wir eben sagen hier, okay, welche, welche Zahlen wollen wir denn eigentlich haben? Naja, wir fangen einfach mal mit Chunks an. Das heißt, so viele Zahlen muss, also Chunks bedeutet, so viele Zahlen muss jeder bearbeiten, okay? Gut, das heißt, Chunks bis, ähm, Chunks, beziehungsweise nein, der erste würde im Endeffekt 0 bis Chunks Zahlen bearbeiten. Also quasi die Zahl 0, Zahl 1, falls wir irgendwie genau diese Situation haben, dass jeder 2 bearbeiten muss. Und der zweite würde eben 2 und 3 bearbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen hier sagen, okay, der erste ist ja hier Chunks mal 0, offensichtlich. Der zweite ist Chunks mal 1. Naja, was passiert dann? Wir haben im Endeffekt Chunks mal i, was wir hier bearbeiten sollen. Wenn i 0 ist, dann haben wir 0 bis eben Chunks. Jetzt müssen wir hier das Ganze noch ein bisschen bearbeiten, weil wir wollen ja hier genau einmal Chunks mehr haben, okay? So, und in diese Argumente rein, also in dieses Arcs hier rein, ähm, achso, das ist jetzt nur Numbers aktuell, dann machen wir ein Tuple draus und sagen dem, okay, ähm, ist okay, aber du brauchst auch noch das, wo du dann dein Ergebnis quasi reinschreiben kannst. Ähm, und das ist unsere Queue. Da wollen wir sozusagen, über diese Queue können wir so ein bisschen kommunizieren. Und deswegen müssen wir die hier eben auch noch, ähm, übergeben. Gut. Nächster Schritt ist, wir wollen natürlich den Prozess starten und ausführen. Das heißt, wir sagen hier prox.append, weil wir ja alle Prozesse verwalten müssen sozusagen. Wir müssen, ähm, uns das selbst irgendwie so speichern, damit wir später auch gucken können, ist der fertig, sind alle fertig, okay, gut. Und dann müssen wir natürlich starten. Das heißt, wir können hier sagen einfach prox.start. So, das ist jetzt erstmal die Funktion, ähm, wo wir quasi einfach nur die Prozesse starten und die Verwaltung haben. Daran ändert sich eigentlich für euch fast nie irgendwas. Nur die Namen ändern sich von mir aus. Aber das, was sie tun, das steht ja in der MPWorker Function. Jetzt sind wir aber hier noch nicht fertig, denn unsere Prozesse berechnen ja irgendwas, ja. Jeder berechnet die Faktoren für die Zahlen, die er hier als Argumente bekommen hat. Nämlich für Chunks viele Zahlen. So, jetzt, wie bekommen wir das Ergebnis? Ich habe euch schon angeteasert, äh, die Queue ist dafür zuständig. Die ist fürs Verwalten von diesen Ergebnissen eben da. Und, ähm, es, im Endeffekt könnt ihr euch das vorstellen wie ein Briefkasten. Ähm, in diesen Briefkasten kann jeder der Prozesse einfach reinschreiben und man kann es dann wieder auslesen. Es ist ein bisschen anders gehandelt wie in Threading, weil Threads haben ja ihre eigenen, ähm, also können quasi auf die ganzen Variablen zugreifen. Das können wir jetzt hier eben nicht mehr machen. Das ist eben der große Unterschied. Deswegen sind Prozesse ein bisschen komplizierter zu betreuen, sag ich jetzt mal. Aber es geht immer noch über eben diese Queue. Ähm, und eigentlich gar nicht so schlecht, weil diese Queue ist halt, die, die managt alles, was asynchron ist für uns. Und wir haben dann eigentlich überhaupt keine Probleme mehr irgendwas zu machen. So, und das heißt, was wir jetzt haben wollen, ist, wir wollen alle, ähm, ja, alle Faktoren sozusagen, wollen wir haben. Und das machen wir, indem wir sagen, okay, for E in Range, naja, wie viele Prozesse haben wir denn? Wir haben Processes, Prozesse. Und, ähm, jetzt können wir einfach sagen, hier, wir speichern uns das irgendwo rein, ähm, was quasi unser Results wird. Was da zurückkommt, ist im Endeffekt ein Dictionary, beziehungsweise wir müssen es in ein Dictionary rein speichern. Es geht einfach am einfachsten, Results.update. So, was wollen wir denn updaten? Naja, wir wollen das, was da rauskommt aus der Queue.get. So, und das machen wir jetzt quasi die ganze Zeit. Wir warten sozusagen immer, hey, wie sieht's denn aus? Bist du fertig? Nope, immer noch nicht fertig und so weiter und so fort. Ähm, beziehungsweise hier sagen wir einfach nur, wir holen uns die ganzen Ergebnisse. Und jetzt müssen wir quasi noch für die ganzen, äh, auf diese ganzen Prozesse warten, bis sie fertig sind. Das machen wir jetzt. Also, genau. Ähm, dann sagen wir hier for, äh, i in, äh, prox, äh, i.join. Okay, vielleicht hätte ich p benutzen sollen, naja, ist egal. Und, ähm, jetzt kann ich quasi eigentlich zurückgeben, was ich mir erhoffe, nämlich die ganzen, ähm, die ganzen Ergebnisse von den, von den Faktorisierungen. Okay, das heißt, ich gebe Results einfach zurück. So, das ist jetzt alles nur das Drumherum gewesen. Ähm, jetzt wollen wir natürlich, oder müssen wir natürlich noch den MPWorker hier programmieren. Und das machen wir am besten hier oben. Dev, MPWorker. Ups. Ähm, so, und jetzt überlegt euch einfach mal, welche Argumente braucht der Wulm? Naja, wir haben ja hier schon alles eigentlich festgelegt. Wir brauchen eine Queue, in die wir quasi reinschreiben können. Und wir brauchen, ähm, die Zahlen, die wir faktorisieren sollen. Also, es können auch mehrere sein. Erinnert euch immer daran. Es ist auf jeden Fall eine Liste. Das ist das, was sicher ist. Okay. Also sagen wir hier, ähm, wir können uns die Queue reinschreiben. Und wir können uns Numbers reinschreiben. So. Okay, jetzt, was genau wollen wir denn damit machen? Naja, wir definieren uns erstmal hier ein Dictionary. Äh, Result. Ist ein Dictionary. Ähm, und da rein schreiben wir jetzt im Endeffekt immer das, was wir machen wollen. Das heißt, ähm, beziehungsweise da rein schreiben wir immer das Ergebnis. Das Problem daran ist, also warum ich hier ein Dictionary, vielleicht nochmal ganz kurz, warum ich hier ein Dictionary verwende. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Prozesse auch wirklich in derselben Reihenfolge fertig sind. Okay. Ähm, deswegen müssen wir hier eigentlich hergehen und sagen, okay, ich habe eine Zahl, äh, 5, die will ich faktorisieren. Da bin ich ziemlich direkt fertig. Aber ich habe auch eine Zahl 25, da bin ich halt nicht so schnell fertig. Und deswegen muss ich halt quasi sortieren für mich, ähm, wie ich eigentlich fertig bin. Und, ähm, genau das versuche ich hier mit dem Dictionary zu machen. Vorne drin steht dann im Endeffekt die Zahl, die faktorisiert wurde. Und hinten, die wir übrigens hier auch alle zur Verfügung haben. Und hinten steht dann die Zahl oder stehen die Zahlen, die dann tatsächlich auch, ähm, die Faktorisierung darstellen. Also quasi für die 42. Ich gebe euch gerade mal kurz ein Beispiel. Ähm, als Ergebnis für unser Dictionary würde dann drinstehen, 42 wird faktorisiert in... 2, 7 und 3. Okay. Das wäre quasi das, was wir haben wollen. Deswegen hier auch überall das Dictionary verwenden. Weil wir eben nicht sagen können, ob jetzt hier die 42 zuerst fertig oder die 1337. Wahrscheinlich ist die 42 eben vorher fertig. Aber das weiß man nicht so genau. Die faktorisiere ich nicht für euch im Kopf. Könnt ihr vergessen. Okay. Was wir jetzt also machen wollen ist, wir wollen hier das Ganze faktorisieren. Und das machen wir für jede Zahl. For i in Numbers wollen wir Result von i ist gleich Factorize. Jetzt schreibe ich es tatsächlich mal aus. Und zwar, welche Zahlen wollen wir, äh, Quatsch, i wollen wir, nicht Numbers. Ähm, ich wollte gerade Numbers tippen, ist falsch. Äh, ich will natürlich die Zahl i hier faktorisieren. So. Die Funktion schreiben wir uns gleich noch fertig. Brauchen wir hier drin nicht machen. Wenn wir das Ergebnis haben, das ist ja jetzt auch ein Dictionary, dann müssen wir das noch irgendwie zurückgeben. Wir können jetzt hier eigentlich einfach Return machen, weil wir arbeiten mit Multiprocessing. Multiprocessing habe ich euch schon hundertmal jetzt erklärt. Kein geteilter Speicher. Das heißt, wir haben keinen Zugriff auf irgendwas. Übrigens, Dictionaries sind auch für Threading immer super gut. Kleiner Tipp hier am Rande. Okay. Und das heißt, was wir jetzt hier machen wollen ist, ähm, wir packen das Ganze in die Queue rein und sagen, Queue.put. Na? Queue.put? Nein? Okay. Dann schreibe ich es selber aus. Queue.put von Result. Also, dass wir quasi das Ergebnis Dictionary in unsere Queue reinstopfen. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Okay. Jetzt, was genau möchte ich denn machen? Und das steht jetzt hier schon wieder in einer anderen Funktion. Ihr seht, wir gehen quasi, wir hangeln uns dran entlang, aber wir sind jetzt relativ am Ende. Das ist jetzt nicht mehr wirklich interessant. Das ist eigentlich mehr eine, ich schreibe meinen Namen hin. Ähm, das ist im Endeffekt nur ein Algorithmus, der jetzt nicht mal irgendwie speziell cool läuft oder sowas, sondern halt, ja, einfach, einfach wirklich Single Threaded und, ähm, der macht nicht viel. Okay. Ihr könnt das Ganze auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen implementieren. Ihr könnt hier auch, ähm, eine rekursive Funktion machen. Das würde ich euch vielleicht mal als Übung empfehlen. Aber, rekursiv ist meistens etwas langsamer als alles andere. Und da wir hier mit Multiprocessing arbeiten, um den ganzen, ähm, die Geschwindigkeit sozusagen schneller zu machen, werde ich jetzt hier nicht mit, ähm, naja, mit Sachen wie Rekursion oder sowas anfangen. Das heißt, wir sagen hier einfach, if, nein, halt, stopp, ähm, ich habe gerade gesagt, wir machen keine Rekursion, also while true. Okay. So, ähm, unser Result, unsere, ja, unser Res ist gleich eine Liste, wer hätte es gedacht. Und jetzt machen wir wirklich den simpelsten Factorizer, den ihr euch vorstellen könnt. Wir sagen einfach nur, ähm, wir haben hier oben eine Zahl i, die ist 1. Nein, stopp, die ist 2. Und wir überprüfen jetzt hier, if, num, gleich, gleich 1. So, dann sind wir ja offensichtlich durch, dann haben wir alle Faktoren raus. Das heißt, wenn die Number gleich 1 ist, dann return Res. Und ansonsten berechnen, oder loopen wir einfach durch, bis wir zum nächsten Faktor kommen. Das heißt, wir sagen hier, der Rest ist gleich die Number Modulo, weil wir ja den Rest ausrechnen wollen. dieser Zahl i, die wir eben gerade am loopen sind, okay? Wenn unser Rest, if, ähm, Rest gleich gleich 0 ist, dann haben wir offensichtlich einen Faktor gefunden, weil, ja, dann ist der Rest 0, also lässt sich das Ding ganz teilen. Also sagen wir Res.append, ähm, unsere Zahl i, weil dann haben wir offensichtlich in i einen Teiler gefunden. Okay, und dann wird die Zahl Num geteilt, oder was heißt geteilt? Äh, die Num wird geteilt durch, ähm, i. So. Okay, achtet darauf, ich erhöhe hier nicht unsere Zählvariable i. Denn nehmen wir mal an, wenn ich hier 4 habe, 4 ist 2 mal 2. Wenn ich jetzt hier drin meine Zählvariable i um 1 erhöhen würde, würde ich danach probieren, ob 2 durch 3 teilbar ist. Und dann würde ich einfach nie wieder auf ein Ergebnis kommen, okay? Deswegen, ähm, dürfte ich hier nicht erhöhen, sondern erst, wenn das auch wirklich, also wenn ich quasi hier 2 mal durchgelaufen bin, dann muss ich nochmal gucken, ob es eben auch wirklich, ähm, nicht sich erhöhen lässt. Oder, ja. Ähm, ansonsten, Elif, ähm, sagen wir, das ist sozusagen jetzt nochmal unsere Backup-Bedingung. Ähm, wenn wir hier nämlich, beziehungsweise eigentlich nicht Elif, sondern Else einfach nur, ähm, dann haben wir hier offensichtlich nichts gefunden, was irgendwie faktorisiert hätte. Also sagen wir einfach nur, okay, wir haben nichts gefunden, wir erhöhen i um 1. So, und dann hätten wir zum Beispiel einfach die Überprüfung, ob es jetzt 3 ist und so weiter und so fort. Wenn ihr besonders cool seid, könnt ihr das auch ein bisschen, ähm, besser implementieren, irgendwie mit Primzahlen oder sowas. Oder einfach in Zweierschritten vergrößern, aber da muss man noch ein paar andere Sachen, ähm, aufpassen. Das heißt, äh, ja, wir wollen das natürlich jetzt hier nicht machen, ähm, weil wir einfach sehr, 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 sehr stumpf einfach nur dieses Ding hier implementieren. Und das war's auch schon. So, jetzt will ich das mal ganz kurz ausführen. If, äh, name, gleich, gleich, main. Dann, ähm, was wollen wir denn dann tun? Naja, wir wollen erstmal uns ein paar Zahlen überlegen. Das heißt, beziehungsweise wir können auch einfach direkt mpFactor, ne, wir, doch, wir machen direkt mpFactor. Und wir überlegen uns, welche Zahlen wir eigentlich faktorisieren wollen. Ich hab vorhin 42 gesagt, aber ich will auch 1337 haben. Ähm, und das war's erstmal. Dann probieren wir das Ganze mit zwei Prozessen. Und wir speichern uns das Ergebnis hier rein und danach geben wir es einfach nur aus. So. Okay, jetzt starten wir das mal und gucken mal, was passiert. Und wir sind schon durch. Das ging sehr, sehr schnell. Und offensichtlich lässt sich 1337 in 7 und 191 aufteilen. Das hätte ich nicht gedacht, ähm, aber ich hab das auch noch nie im Kopf gemacht. Okay, ja, und das ist die Art und Weise, wie ihr Multiprocessing wunderbar verwenden könnt. Ähm, und im nächsten Video möchte ich gerne mit euch zusammen einen Vergleich machen. Das heißt, Multithreading versus Multiprocessing. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.